Ich sag dir das gar nicht an, wobei du hier eine Unschuld hast. Wie? Ja, wir haben was anderes. Das ist nix von uns. Der Hund dann applaudiert. Ja, hier. Du warst wieder ein Tod. Ja. Widersteht merken du. Nein, das ist wieder der Kopf. Ja, ja. So, warte, warte. Was? Hallo, Sido. Warte, war das jetzt komisch, oder was? Ich habe mich hellig erraten mit bei der Hundehütte. Wo sogar der Helikopter gelandet ist, doch. Mein Vater hat ja noch bei ihm mal geschwächt, ne? Dann wollte ich dich gleich umgehen. Ja. Soll ich jetzt nicht so machen? Seid ihr gehört? Sag mir, Vater. So gehe ich nach, dann klinge ich, dann positioniere ich mich an der Seite. Der erste Hund. Ich gehe auf mich, dann schieße ich erst mal in den Kopf. Ja, ja. Warte, mein Vater, ich sag. Warte, bevor ich nein, du fischst. Ja, ja. Hat das nicht? Ja, ja. Hatten die schon der erste Schuss im Kopf. Ja, ja. Warte, mein Vater, ich sag. Der erste Hund, von der Hafer, die hier auf mich, hat die Schüsse. Herr hat sowas mit einem Schuss im Kopf. Ja, deine Ohren.